Das ist Ihre persönliche Einladung zu den Synology Experience Days 2024. Der Experience Day ist ein Tag für unsere Kunden und die, die es werden wollen. Sie haben die Möglichkeit, sich direkt mit den handelnden Personen hinter der Marke auszutauschen und ihre individuellen Anwendungsfälle zu diskutieren. Darüber hinaus erhalten Sie in diversen praxisnahen Vorträgen Einblicke in Lösungsszenarien und können Ihr eigenes Wissen erweitern. In unseren interaktiven Demo-Areas können Sie im Anschluss diese Lösungen dann direkt ausprobieren. Natürlich ist auch für Ihr leibliches Wohl gesorgt und die Teilnahme ist für Sie völlig kostenlos. Melden Sie sich gleich an unter dem Link im Video. Wir freuen uns auf Sie. Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Video. Heute beleuchten wir ganze drei Lösungen, die für die Zentralisierung von Servern und Standorten von großer Bedeutung sind. Wir thematisieren das Central Management System, die Cloud-Lösung Active Insight und das Centralized Management System in Surveillance Station. Diese drei Lösungen bieten eine umfassende Möglichkeit, sowohl IT-Infrastrukturen als auch Videoüberwachungssysteme zentral zu steuern, zu untersuchen und zu verwalten. Lasst uns direkt einsteigen. Beginnen wir mit dem Central Management System, kurz CMS, das ein integraler Bestandteil des Synology Disk Station Managers ist. Dieses Software ermöglicht es Administratoren mehrere Synology-NAS-Server von einer einzigen zentralen Konsole aus zu verwalten. Das CMS ist besonders nützlich für Unternehmen, die mehrere Standorte oder eine große Anzahl von Servern betreiben. Dass eine zentrale Verwaltung und Kontrolle bietet, ohne dass man sich um jeden einzelnen Server separat kümmern muss. CMS ermöglicht eine zentrale Verwaltung von mehreren Synology-NAS-Geräten, was Zeit spart und die Verwaltung vereinfacht. Administratoren können Updates, Sicherheitsrichtlinien und Backup-Pläne zentralisieren, ohne sich manuell um jeden Server kümmern zu müssen. Das System ist äußerst skalierbar und unterstützt Unternehmen bei ihrem Wachstum, indem es die Integration neuer Server in die bestehende Infrastruktur einfach macht. Mit CMS können Administratoren den Status aller verbundenen NAS-Geräte in Echtzeit überwachen. Automatisierte Berichte liefern wichtige Informationen zu Systemstatus, Speicherplatznutzung und Netzwerkaktivität. Durch die Zentralisierung können Unternehmen Betriebskosten senken, da weniger Personal für die Verwaltung benötigt wird und die Fehlanfälligkeit durch die zentrale Überwachung reduziert wird. Weitreichende Lösungen, gerade wenn es um das Thema wie der standortübergreifenden Zentralisierung geht, müssen nicht immer kompliziert sein. Habt ihr erst einmal ein Synology-NAS eingerichtet, das ganze dauert nur ein paar Minuten, müsst ihr das gleiche mit mindestens einem zweiten Server tun. Habt ihr nun beide Server in einem Netzwerk, damit ist gemeint, dass ihr NAS A und NAS B wahlweise anhand eines Routers oder anhand eines Switches miteinander verbunden habt, müsst ihr nur noch das Central Management System im Paketzentrum der DSM Oberfläche herunterladen. Da es hier um standortübergreifende Zentralisierung geht, könnt ihr natürlich auch eine Verbindung zu einem anderen Netzwerk aufbauen. Hierfür müsst ihr jedoch eure DIN-DNS und Quick-Connect Einstellungen anpassen. Fühlt ihr dieses dann aus, könnt ihr in der Spalte Server das gerade eben genannte Netzwerk automatisch durchsuchen lassen und den Server hinzufügen. Natürlich bietet die Software Massen an Funktionen, aber mit den Hinzufügen des Servers habt ihr schon das Meister der Arbeit getan. Danach könnt ihr wahlweise den Status der Servers überprüfen, mit mehreren Servern Servergruppen bilden, Richtlinien festlegen, Protokolle abrufen oder auch Aufgaben einstellen. Aufgaben könnt ihr verschiedene Ziele haben, wobei beispielsweise Wake on LAN eingestellt werden kann. Das heißt, dass ein verbundener Server anhand dessen LAN-Verbindung eingeschaltet werden kann. Die LAN-Verbindung muss sowieso gegeben sein. Hierbei handelt es sich nämlich um den in den Router oder Switch eingesteckten Ethernet-Kabel. Außerdem könnt ihr den Speicher von jedem verbundenen Server überprüfen und Pakete, das heißt die jeweiligen Apps, welche auf den Servern installiert sind, als auch DSM im Gesamten aktualisieren. Zusammengefasst bietet das Central Management System in DSM eine robuste Lösung zur Vereinfachung und Zentralisierung der Verwaltung mehrerer Synology NAS-Server. Als nächstes werfen wir einen Blick auf Active Insight. Eine Cloud-basierte Lösung von Synology, die sich ebenfalls auf die Zentralisierung konzentriert, jedoch auf eine etwas andere Weise als CMS. Active Insight bietet Unternehmen eine umfassende Möglichkeit ihre Synology-Geräte von überall aus zu überwachen und zu verwalten und das alles über die Cloud. Active Insight ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung der verbundenen Synology-NAS-Geräte, wobei alle Daten in die Cloud übertragen und dort verarbeitet werden. Das erlaubt es, Administratoren jederzeit und von jedem Ort aus auf die Systeme zuzugreifen. Mit Hilfe von Active Insight können potenzielle Probleme frühzeitig erkannt werden. Die Software analysiert die Systemleistung und meldet Anomalien oder Leistungsengpässe, bevor sie zu ernsthaften Problemen führen. Wenn ein Problem auftritt, sendet Active Insight sofortige Benachrichtigungen an den Administrator, sodass schnell gehandelt werden kann. Dies kann potenzielle Ausfallzeiten minimieren und die Effizienz der IT-Infrastruktur steigern. Da Active Insight Cloud basiert ist, liegt ein starker Fokus auf der Sicherheit der Daten. Synology setzt hierbei auf starke Verschlüsselung und regelmäßige Sicherheitsupdates, um den Schutz der Daten zu gewährleisten. Wie beim Central Management System dauert das Aufsetzen nur ein paar Minuten. Der große Unterschied liegt hierbei bei der Anmeldung in euer Synology Konto. Das heißt, erstens Paket im Paketzentrum herunterladen, zweitens starten und drittens anmelden. Nach diesen Schritten könnt ihr Active Insight in der Weboberfläche starten. Richtig gehört, ihr werdet an diesem Punkt auf eine Weboberfläche geleitet, da es sich bei Active Insight, wie anfangs erwähnt, um eine Cloud basierte Software handelt. Darüber hinaus müsst ihr nun nicht mit einem oder mehreren Netzwerken hantieren, sondern könnt eure jeweiligen Server noch einfacher nur anhand des Startens von Active Insight und eine Anmeldung in euren Synology Account mit der Active Insight Cloud verbinden. Da alles Cloud basiert ist, könnt ihr darüber hinaus eure Server auf einem beliebigen PC oder anhand der mobilen Active Insight App auch per Smartphone kontrollieren. In Active Insight könnt ihr nicht nur eure Systeme aktuell halten, sondern auch eure Backups, die ihr mit Hyper Backup ausgeführt habt. Ihr könnt euch Protokolle, Diagramme und Statistiken ausgeben lassen und sogar Anmeldeaktivitäten prüfen. Wieso Anmeldeaktivitäten? Ganz einfach. Alles Erwähnte lässt sich auf mehrere Synology Accounts ausweiten, wobei ihr beispielsweise Mitarbeiteraccounts delegieren könnt. Active Insight erweitert die Möglichkeiten des CMS, indem es eine umfassendere und flexiblere Überwachung ermöglicht, die nicht an einem festen Standort gebunden ist. Es eignet sich besonders für Unternehmen, die eine hohe Mobilität und Flexibilität bei der Verwaltung ihrer IT-Infrastruktur benötigen. Zuletzt kommen wir zum Centralized Management System in Surveillance Station, das speziell für die Zentralisierung von Videoüberwachungslösungen entwickelt wurde. Diese Softwarelösung richtet sich an Unternehmen, die mehrere Standorte überwachen und die Verwaltung ihrer Überwachungssysteme zentralisieren möchten. Mit diesen Systemen können Administratoren Überwachungsaufgaben für verschiedene Standorte von einer einzigen Plattform aus steuern. Das ermöglicht eine nahtlose Überwachung und Verwaltung aller angeschlossenen Kameras und Überwachungsgeräte. Genau wie beim CMS im DSM ermöglicht das Centralized Management System eine einfache Integration neuer Server-Standorte und in diesem Fall auch noch neuer Überwachungsgeräte. Das ist besonders vorteilhaft für expandierende Unternehmen, die ihre Überwachungslösungen schnell anpassen müssen. Die Software ermöglicht es, verschiedene Benutzerrechte und Rollen zu definieren, was die Sicherheit erhöht und die Verwaltung vereinfacht. Unterschiedliche Benutzer können unterschiedliche Zugriffsrechte erhalten, abhängig von ihren Aufgaben und Verantwortungsbereichen. Überwachungsvorfälle können schnell und effektiv verwaltet werden, da die Software in Echtzeit Benachrichtigungen und Aufzeichnungen bereitstellt. Ereignisse können sofort überprüft und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Die Installation läuft hier etwas anders. Aber im Endeffekt genauso einfach wie beim CMS von DSM. Ihr müsst ihr nur Surveillance Station als Paket im Paketzentrum herunterladen, dann in Surveillance Station statt in DSM das Centralized Management System herunterladen. Hierfür nutzt ihr das Anwendungszentrum. Wenn ihr mit den Downloads fertig seid, könnt ihr das Centralized Management System auch ausführen. Hier könnt ihr euren Netzwerkbereich absuchen und Server hinzufügen. Den Server, den ihr für die Verbindung zu den anderen Servern nutzt, könnt ihr dann in den CMS Einstellungen auch als Host Server einstellen. Alle anderen Server sind dann entweder Aufnahmeserver, also Server, welche sich nur auf die Videoüberwachung fokussieren, oder Failover Server, also Server, die für eine Ausfallsicherheit sorgen. Die Einrichtung des Host Servers, mehrer Aufnahmeserver und verschiedener Failover Server ist dabei aber ebenfalls in wenigen Minuten getan. Damit alles reibungslos funktioniert, muss die Voraussetzung gegeben sein, dass alle Geräte in einem Netzwerk sind oder die Verbindung zu anderen Netzwerken erlauben. Eine Möglichkeit sind dafür DUN-DNS und Quick Connect Einstellungen. Mehr darüber findet ihr jedoch in der Videobeschreibung. Wie ihr Kameras und andere Videoüberwachungsgeräte einbindet, funktioniert auf einem Server genauso wie auf einem Cluster. Ihr könnt sie schon bei den Servern, euren Netzwerkbereich absuchen und so alles miteinander verbinden. Das Centralized Management System in Surveillance Station stellt also sicher, dass Unternehmen ihre Überwachungsaufgaben effizient und zentral verwalten können. Was besonders bei der Überwachung mehrerer Standorte von großem Vorteil ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Synology mit den Lösungen CMS, Active Insight und Centralized Management System eine umfassende Menge an Features bietet, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre IT-Infrastrukturen und Überwachungssysteme zentral zu verwalten. Jede dieser Lösungen hat ihre spezifischen Vorteile und Einsatzbereiche. Aber gemeinsam bilden sie eine professionelle, allumfassende Lösung für die effiziente und sichere Verwaltung von Servern, Standorten und Überwachungssystemen. Wie ihr anhand der How-To´s gesehen habt, sind sämtliche Einstellungen mit ein paar Handgriffen getan. Seid ihr interessiert, wollt mehr darüber erfahren oder vielleicht sogar ein Schritt-für-Schritt-Tutorial, welches ihr ganz einfach auf eure Infrastruktur replizieren könnt, dann lade ich euch recht herzlich zu unserem kostenlosen Webinar mit dem gleichen Titel ein. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, der euch direkt zu unserem Webinar führt. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wenn es euch gefallen hat, liked und teilt gerne das Video und kommentiert gerne mit euren Fragen. Bis zum nächsten Mal!